Ooooooh Recyxeln Herr Bulle, der Spass leert die Mülltonne aus. So aus. Es ist spät am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kacken kann. Aber Herr Bulle ist besonders gut im leise sein. Pepper und Schorsch sind gerade mit dem Fortnite-Stück fertig. Was ist das für ein Lerl? Das ist Herr Bulle, der Spass. Hallo, Herr Bulle. Hallo, Zuschauer. Muss wieder soß. Haufenweise Müll zusammen. Eigentlich will er nur Kuss nehmen. Tschüss. Ha, tschüss. Warum ist hier so viel Koks? Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgefickt. Gut, der Fortnite-Stückstisch muss abgeschlachtet werden. Können wir mitscheißen, Mama? Ja, natürlich nicht. Ich werfe diese leere Flasche. Pepper, stopp! Was ist? Wir werfen Vodka-Kobaccio nicht. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, erschießen wir für Herrn Bulle. Eine Minute 37 Sekunden später. Aber all das, was man wieder kaputt machen kann, kommt in diese Sortierköcke. Der rote ist für beschissene Zeitungen. Der blaue ist für Pampen aus dem zweiten Weltkrieg. Und der Nühne ist für Flaschen. Papp, du bist eine Flasche. In welchen Koch kommst du also? Ähm, in den Hühnen. Nein. Das macht Spaß. Saas. Junge, halt die Frisee. Jetzt ist Porsche dran. Brrrr. 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 Lele. Findest du eine Zeitung für den roten Koch? Brrrr. 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 Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst hier zweitausend Jahren. Zweitausend Jahre später. Brrrr. Ist ja gut. Hier, bitte sehr. Zeig. Brrrr. Brrrr. Jetzt haben wir so viel Scheiße gesammelt. Jetzt gehen wir zum Atomkraftwerk. Hurra! Auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen. Peppa hat die Bomben. Und Schorsch. 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 Schorsch, komm endlich raus. Du kleiner Wützer. Sind alle so breit? Ja Papa Wutz. Dann geht's looooot. Was für ein Spast. Das ist der Atomkraftwerk von Frommel. Wir sind da. Hurra! Hallo ihr da. Hallo Frau Müll. Kommt ihr alle zum Recyceln? Scheißen und Gepschallt werden. Ja genau. Wunderbar. Also Soos. Was macht Frommel da? All die. All die alten rostigen Autos in Brand setzen. Boah. Wer kann mir sagen wo die Flaschen reinkommen? In den Lünen. In den Lünen. Stimmt genau. Und die Bomben in den Blauen. Das stimmt Peppa. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay Schorsch. Dann machst du die Zeitungen. Ich muss raus. Soos. Soos. Das ist genug Recyceln für heute. Ja. Gehen wir uns umgehen. Oh. Wo ist unser Auto hin? Das Auto existiert nicht. Zurücktreten. Frau Müll will das Auto in Brand sitzen. Stoosh. Das ist unser Auto. Soos. Ist das wahr? Ja. Wie dumm von mir. Ich liebe es Leute umzubringen. Eben. Versaukeln. 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 Flechdosen. Florida. Versaukeln. 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 Versaukeln.